So, wir sind wieder an meiner Rubrik Alex trifft, Alex mit. Wir können ja im Dorf Deutsch sprechen, Marcel. Aber wir wollen mal ein anderes Interview machen. Marcel Lüßke ist ja bekannt als der singende Pokerspieler aus Holland. Alles gelogen. Alles gelogen, wir wissen das. Aber ich möchte es trotzdem probieren. Wir machen das gesungene Interview. Marcel, wie viel TWSOP ist das schon bei dir? Ich hab' nur eine jetzt gespielt und mach' den zweiten Morgen gespielt. Welches ist das denn, Marcel? El Senor, 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 Senor. Aber mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Bei mir ist schon früh angefangen, das sagt man dann. Aber, wer war das, der? 66 Jahre. Udo Jürgens, kennst du den? Naja, ich bin vor ein paar Wochen her, hab' ich das mir angeschaut. Ist das ein Holländer? Nein, der Jürgens, da ist doch keine Holländer. Nein, der ist Jürgens. Oder? Der hat mich sehr gut gefallen, der war speziell. Ist das auch mal was für dich, der hat doch immer im Bademantel gesungen? Das letzte Lied. Wie schaut's aus? Bei den letzten WSOPs sehen wir Marcel Lüsske im Bademantel vielleicht? Nein, du kannst besser, du kannst den Pokestags fahren. Was ist denn mit den Videos passiert, die wir vor vier Jahren her gemacht haben? Da hab' ich mich geduscht und musste dann auch im Trägers, hab' ich mich geduscht und hab' ich Interviews gemacht und auf dem Laptop gespielt. Zwischendor. Einer hat dann im Bett gelegt und der andere, ich weiß nicht, was sich das andere in Norden gemacht hat. Das war alles schön. So, also Marcel, das war's auch schon, ich bitte nicht aufhalten. Wie vereinbart die 60 Dollar? So, bitte sehr. Dankeschön fürs Interview. Nein, das war nur ein Joke. Also, bis morgen wieder bei Alex Mix. Wie wird es jetzt? Ja, da.